Aber, jetzt kommen wir zu das Wichtigste. Warum ich heute eine Ankündigung machen möchte und weshalb, wieso? Ganz einfach. Ich hab vor zwei... Bis zum nächsten Mal. 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 Warum? Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Warum ich heute eine Anknübung machen möchte und weshalb, wieso? Ganz einfach. Ich habe vor zwei Jahren meinen eigenen ersten Song fertig gemacht, liebe Freunde. Fertig aufgenommen und fertig produziert. Clip ist noch nicht da natürlich. Clip habe ich aber auch vor. Das werde ich aber euch auch erwähnen. Erst ab wann. Und zwar, ich habe jetzt vor, dass ich diesen Sonntag, diesen Sonntag, mein eigenes ersten Single raushauen, liebe Freunde. Ich bin übelst gespannt, übelst aufgeregt. Ich weiß nicht, wie dieser Song euch rüberkommen wird. Ich hoffe, es gefällt euch. Und falls nicht, ist auch okay. Es ist ja jedem seins irgendwie überlassen. Jeder hat einen anderen Geschmack. Aber mein erster Single kommt jetzt raus. Und viele werden jetzt sagen, bist du jetzt ein Rapper geworden oder so? Nein, ich bin kein Rapper. Ich bin einfach ein Entertainer, ein Künstler. Ja, so, ich versuche euch zu animieren, zu entertainen. Das ist meine Arbeit sozusagen und ich liebe meine Arbeit. Das ist das Wichtigste vor allem. So, und jetzt das Beste ist noch. Der zweite Song ist auch schon fast fertig. Der zweite Song ist auf Deutsch und auf Türkisch und auf Arabisch, liebe Freunde. Der erste Song, was ich raushauen werde, ist komplett auf Türkisch. Aber eins kann ich euch schon sagen, richtig, richtig zum Updancing. So, richtig Dance-Song ist das, liebe Freunde. Regatton-mäßig, aber auf Türkisch. So, das ist so mein eigener Style gewesen. Da dachte ich, ey, warum nicht, ich schaue jetzt raus. Weil letztes Jahr in der Türkei, wo ich in Antalya war, ich habe vor 3000 Leuten meinen ersten Song dort vor jedem abspielen lassen. Also live on stage. Ja, so, und fast über die 80, 90 Prozent, sagen wir mal ganz total, die wollten alle meinen Song irgendwo auf Spotify, irgendwo auf Tidal und so weiter und so fort streamen. Die haben mich gefragt, hey, ja Mann, wo können wir deinen Song streamen? Ich habe gesagt, leider noch nicht. Ihr seid die einzigen, gerade die ersten auch, die meinen Song live von mir aus gehört haben. Aber, ich habe auch die Ehre und ihr auch natürlich. Aber, sobald ich in Deutschland wieder bin, werde ich meinen Song veröffentlichen. Veröffentlichen, ab bestimmten Likes, werde ich auch einen Musik-Clip draus machen, liebe Freunde. So, und dann werde ich auf jeden Fall Spotify, Tidal, Apple Store, Amazon und so weiter und so fort überall das Ganze veröffentlichen. Und, genau, das ist erstens. Und, zweitens, auf jeden Fall, liebe Freunde, genau, was ich noch sagen wollte, genau, deswegen halt. Das war die Ankündigung, das war die Ankündigung. Wir haben jetzt hier gerade Kundschaft, deswegen war ich ein bisschen leiser. Aber wir haben jetzt eine Ankündigung, Bruder, das war halt auch meine Ankündigung, liebe Freunde. Falls ihr wollt, einmal Bescheid sagen, Bescheid geben und gut ist. Falls ihr Ideen habt, kommentieren. Falls ihr irgendwas haben wollt, kommentieren. Ich kriege gerade einen Anruf oder später. Und so weiter und so fort. In diesem Sinne, Simici-Kaffee wird auch überall verlinkt auf Instagram. Könnt ihr gerne abchecken, abonnieren, liebe Freunde. Bitte ein Abo ist kein Mord, ihr wisst Bescheid. Abo ist Support und stay positiv, liebe Freunde. In diesem Sinne, peace out, macht das Beste. Ich werde jetzt schön essen und danach arbeiten gehen. Peace out, jammer ist die Scott. Wir hören uns. Bam, 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 bam. Ja, mann. Also, fügische Brezeln, ganz einfach. Ist mit Sesam, liebe Freunde. Schön mit Sesam. Dazu, Eier, türkische Sucuk, Paprika. Schmeckt am besten. Schmeckt super. Ein El Clásico, türkischer Brezel, ist nur mit Sesam. Nur mit Sesam. Mit türkischem Chai. Und gebe ihm das schönste Gewühl, geschmackshaftste je überhaupt. Kann ich euch nur empfehlen. An der Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören, für die ganzen Aufmerksamkeit, für die ganzen Support von euch, liebe Freunde. Und ich werde jetzt auf jeden Fall auch auf YouTube natürlich aktiv sein. Ich meine, oh mein Gott. Das sind gerade nur zwei Wochen her, wo ich das Video hochgeladen habe. Aber ab jetzt, jede Woche ein Video. Nicht vergessen, liebe Freunde. Zwei davon sind auf Deutsch und zwei davon sind auf türkisch. Und in diesem Sinne, peace out. Ja, man ist es Gott. Wir sehen uns. I love you tonight. Und Dankeschön an Simici Café Mannheim Lindenhof. Vielen lieben Dank. Grüße gehen raus. Dankeschön. Peace out. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.